Der EM-Rekord-Torschütze. Der EM-Rekord-Torschütze. Wie alt ich sein? Ich. Der EM-Rekord-Torschütze. Van Bast. Kläubert. Ein Franzose ist der EM-Rekord... Der Platini. Aber nicht der Michel. Ja wirklich, Michel Platini. Was? Ich war Wastitsch. Wastitsch. Österreichs EM-Rekord-Torschütze. Gut, wir waren ein einziges Mal bei der EM. Der Herr Wastitsch. Wastitsch. Die war jetzt aber nicht schwaben, muss ich ehrlich sein. Das ist genau das Spiel, das nicht in Paris ist. In Paris? Prinzenparkstadion. Im Prinzenparkstadion in Paris. Ja, weil ich dort bin, weiß ich es. Also ich würde tippen auf Martin Hanik. Das müsste der Janusowitsch sein. Der Alaba. Ja. Alaba. Tippen würde ich einmal auf einen aus Deutschland. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Lothar Matthäus. Matthäus. Ike Casillas. Das ist mir das Ike Casillas. Röth Gülit. Ich will den Van der Saar. Van der Saar? Ja, ja, ja. Der Thüram hat ja eh gespielt. Aber der Thüram hat ja eh gespielt. Aber sehr schwierige Frage. Also ich glaube da können so viele Frage. Ja. Ja. Ja.